Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Super Mario Bros. Und ja, wir haben es ja letztes Mal durch eine kleine Abkürzung geschafft, hier in die letzte Welt zu gelangen. Da werden wir natürlich jetzt versuchen, die Richtigkeit zu rocken. Mit 21 Leben kann es natürlich auch gut funktionieren. Oh, okay. Oh, 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 okay. Okay, bisschen Scheiße, da war noch mal Scheiße, da war noch mal. Yay! Okay, das... Oh, 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 okay, geil. Da müssen wir extrem fix sein. Okay, oh, tschüss. Ah. Okay. Alter, das war richtig knapp, jetzt. Oh, da hinten kommt diese ästliche Wand. Egal. Okay, wir warten jetzt hier. Ist das... Oh, 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 oh. Aber die Wand kommt näher. Mama! Egal. So. Weiter, weiter, weiter. No. So hässlich. Huy. Huy. Fast hätte man sogar direkt rüber geschafft. Sollen wir da bitte hochkommen, bitte? Bitte, bitte. Hä? Sollen wir da bitte, bitte hochkommen, hä? Bitte. Egal. Unten geht's auch lang. Wir warten lieber. Okay, wir können nicht mal. So, kaputt gegangen. Okay, jetzt ist Daniel online. Das sehen wir auch schön. Aber... Wir können leider nicht ihm antworten, ne? Weil wir ja hier gerade geil im Game sind. Und der wird mich wahrscheinlich gleich anfangen und fragen, ob wir Mike Multiplayer aufnehmen können. Nein, wosch, wosch, gau rein. Wuh! Aller Vater. Nein! Dann ist er nicht gesprungen. Die Dias, ich gehe in CS. Ja, da werde ich wohl verkackt haben, weil ich nicht in CS bin. Und der Junge schreibt mir auch noch so, Oh, ich nach einer halben Stunde kann ich dann machen. Toi, jetzt sind's fünf Minuten um. Warum auch nicht? Er hat's halt anscheinend drauf und ist immer ziemlich schnell unterwegs. Egal. Das wird uns jetzt hier nicht ablenken, ne? So. Ich weiß nicht, was uns dieses Power hier bringen soll. Hier ist ja echt nichts, eigentlich. Achso! So. Äh, war ich dann natürlich nicht mehr klug hier. Aller. Perfekt. Jetzt warten wir noch kurz, bis dieses Teil hier wieder runter ist. Boom, schnell, 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 schnell. Ja. Zack. Zack. Aller. Hört sich an, wie Silvester hier, oder was? Ja, es kommt nicht. Ja, okay, es kommt nicht. Okay, wir müssen warten. Nein, komm, geh runter, geh runter. Die böse, schwarze Wand kommt. Geh runter. So. Zack. Boah, wir haben's geschafft. Alter, faller. Das war echt knapp. Yes. So. Ah, ja. Ja. Okay. Gut. Erstes Level geschafft. Yes. Oh, machen wir gleich mal das nächste, oder was? Jo. Und mit dem Leben sieht's eigentlich gerade gar nicht so schlecht aus. 22. Das geht eigentlich. Voll klar. Boah, diese riesen Brocken hier. So, komm. Oh, fuck. Oh, fuck, Alter. Das war knapp. So. Gut. Okay. So eine Tango-Musik hier, oder was? Hat sich auf jeden Fall komisch an. So. Zack. So, okay, drüber. Drüber. Zack. Oh. Und drüber. Ah, das Test-Level ist richtig hässlich. Ich kann mich noch erinnern. Ich hab's mal mit einem Freund im Korb. Also, kann man ja zu Vierzucker spielen. Und das ist einfach noch richtig schwierig. Aber zu zweit ist es halt auch irgendwie immer schwieriger, weil man sich dann immer gegenseitig im Weg steht. Aber dafür ist es eigentlich fast unmöglich, Game Over zu gehen. Weil du ja immer Blase machen kannst, wenn gerade du kurz vorm Sterben bist, ne? Dann macht natürlich derjenige, der gerade kurz vorm Sterben ist, der macht das natürlich und geht in Blase. Und der andere kann natürlich weiterspielen, bis der auch kein Leben hat. Und dann macht er sich natürlich auch in Blase, damit es kein Game Over geht. Aber Game Over werde ich hoffentlich euch nicht zeigen. Yeah. Zack, zack. Machen wir die auch noch kaputt und haben noch eine geile Eisblume hier bekommen. Und der läuft einfach gegen. Was, ein Lappen? Nein. Ach, egal. Ich weiß auch nicht gar nicht. Ach, Leute. Da kommt auch eins raus. Egal. Ich hab das natürlich gewusst. Ich bin dann extra genau zu dem richtigen Zeitpunkt gelaufen. Ja, Siggi. Zack, egal. Der hat uns wenigstens hier den Weg frei... Oh, Moment. Wow. Huhu, der geht hier nicht rein. Das war natürlich ein bisschen geplant von mir natürlich alles. Immer. Egal. Ah, okay, okay. Ich weiß, wie es geht. Wir haben auch noch richtig viel Zeit. Ich möchte kurz was ausprobieren. Mein Freund hat das immer so gemacht. So, zack, zack. Nein. Moment, nochmal, nochmal. Ja, hab ich ja schon gesehen. Beim zweiten Mal ist er zu schräg gesprungen. Nein, nicht so. Wahrscheinlich muss ich damit dreimal A perfekt treffen. Yehey, okay. Okay. Okay, jetzt machen wir es aber safe. Machen wir es auch mal hier richtig. Wie soll ich da bitte hochkommen? Egal. Machen wir einfach so. Spring da mal runter, ne? So, so, so. Level abgeschlossen. Weiter geht's. Ok, ok. Und Leute, ich hoffe ihr nehmt es mir nicht übel, aber ich muss leider aufhören jetzt, weil meine Mutter kam gerade rein, hat mir einen Zettel geschrieben mit, es gibt Eierlikörkuchen, sehr lecker. Fuck. Ok, Leute, also ich muss aufhören und sage nur noch Ciao und bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich kriegt ihr auch irgendwann mal Eierlikör. Ciao.